Interessant. Was es nicht alles gibt. Ist... Wo, wo, wo. Wo, wo. Och, nee. Senkt die Scheiße wieder an. Resteverwertung, ne? Ja, wer hat hier gerade noch geredet von Recycel? Ich. Was hab ich gesagt, was ich nicht haben will? Necromorphs. Genau. So muss das sein. Kann ich das? Getroffen. Aber das krieg ich so nicht. Getrefft. Komm her! Moment, da war grad was da war. Gerade war's. Hier, was? Halbleiter Gold. Geld. Wie ekelhaft das ist. Dr. Klein, was zum Teufel? Zurück. Mach einen Schritt näher und... Und ich erschieße ihn. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie vollidiot. Hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist das das, was Sie mit dem Käpt'n gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten! Nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruf mal jemand die Security. Hier dran kann man Halblicke oder sonstiges kleines Gesocks aufhängen oder sich selbst erhängen lassen. Ausrüstung. Jawoll. Hä? Ach, du bist das. Gut. Ganz tot? Ja, danke. Die Waffe hört sich ja schon amüsant an. Ich hasse es, wenn Frips das macht. Wunderschönen guten Tag. Und meine Nase juckt. Meine Nase juckt. Wap, 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 wap. Irgendwas? Nein. Obwohl, aber die Items kann ich mir ja... Den kann ich mir nicht verholen. Verdammt. Was zur Hölle? Wo kam der her? Ja. Was. Ich hab's den Geheld gespürt. Ich hab's den Geheld gespürt. Man... Ernsthaft, Leute, das Ach, die explodieren von alleine Yeah, Munitionsrausschmiss Jetzt hab ich noch 41 dafür Let your tools do the talking Ja, das tun wir hier schon Die ganze Zeit Was soll Die ist ja plötzlich gesprintet wie ein Weltmeister Yeah, langsam wird die Scheiße richtig abgefuckt Und wir kriegen viel zu viel Munition für dieses Teil Und benutzen es leider nicht Äh, soll die nicht eigentlich schon tot sein? Okay Das ist jetzt schon ziemlich abgefuckt Was war das? Das ist doch die Freundin Und die ist doch angeblich schon tot gewesen So wie ich das verstanden hab Woo Der eine hat mich aber echt erschrocken, der hier kam Huh Ich hab auch noch unterlebt Ach, endlich Ja, dreht du da alles weg Ach, scheiße Was hab ich denn jetzt We are sports So, sonst liegt da nix mehr. Und nach unten haben wir ja jetzt schon genug geschmissen. Tüdelü, weiter geht's. Tüdelü. Hä? Was ist? Ein riesiger Döner. Schinkenspicker. Ein SOS-Sender. Dann nehmen wir den halt. Der Quotenschwarze überlebt alles. Wobei auf der anderen Seite immer gesagt wird, ja. Der Schwarze stirbt als erster. Friends, come to me. I have plenty much of time and ammunition just for you. Let's have some party over here. Come on. Not again. You stinky little nix. You disgusting pieces of shit. Where? What? What? Ah. Yeah, one shot, one kill. Come on. Hallo, komm, 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 komm. Wie ekelhaft diese Füße sind. Danke. Und das war es hier auch schon. Habe ich den damit gerade echt so verwirrt, dass der zusammengeklappt ist? Keine Ahnung. In Umgebungen der Klasse A ist stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Ich bin sicherheitsgerüstet. Gibt's Probleme, Doc? Nicht wirklich. Wollen wir speichern? Ja, wir speichern eben. Dann mache ich eben einen kurzen Aufnahmestopp. Und dann geht's auch schon weiter. Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play.